Hallo, hier ist Martin von Money Mankeys, das ist die DAX-Handlose für Donnerstag, den 1.8.2024 und unser DAX hat hier weiter mit dem Hammer gespielt und ein paar Kratzer an die richtigen Stellen gesetzt. Wir haben das nächste Ziel abgearbeitet im Bereich 5, 10, 5, 40. Wir hatten gestern darüber gesprochen, dass es noch ausstehend war, auch die 600 und die 670. Hat aber auch gesagt, dass ich ihm eigentlich zum Mittwoch nicht so richtig zutraue, weil er dafür zu ruhig war. Hat dazu auch jetzt erstmal bestätigt, hat sich den ganzen Tag eigentlich über den Vortagesschluss gehalten. Wirkte relativ schwach über den Tag, muss man aber in Relation setzen. Wir sind über den Tagesschluss vom Vortag, das heißt, wir haben hier positiv gehandelt und das auch gar nicht so wenig. Wir haben das nächste Ziel angelaufen und ich denke, damit müssen wir uns in der aktuellen Situation durchaus auch erstmal zufrieden geben. Denn er hat nichts gemacht, was wir unten rausgesprochen hatten. Wir hatten ja intensiv darüber gesprochen mit der 493. Wie man damit umgeht, ich hatte schon gesagt, dass ich das gar nicht so richtig wüsste, wie ich es selber machen würde wollen. Weil ich davon ausgehe, dass er dann da vielleicht eher sogar nochmal nach oben zieht, um das da hier noch voll zu machen. Zum Glück hat er uns das erspart. Dafür hat er wahrscheinlich oft so nicht viele Anhaltspunkte gegeben, hier noch irgendwie was rauszumachen, dadurch, dass die 670 da fehlten. Die letzten Tage war es jetzt immer so, dass er gleich zum Morgen das Ziel des Vortages abgearbeitet hatte, was noch offen war. Das wäre dann jetzt die 600. Bin ich gespannt, ob es denn hier jetzt auch wieder so kommt, ob er uns gleich Donnerstag nach oben rammt, in die 600 rein. Für mich wäre dann wichtig, ob er dort einen Stundenstoß drübergejagt kriegt. Kriegt er nämlich den Stundenstoß drüber. Sollte man auf jeden Fall ein bisschen aufmerksamer sein, da sich dann so eine Ausbausbewegung durchaus einleiten kann. Ja, also ein Stundenstoß da über 600, der kann ruhig, also der kann ihm als Trigger reichen, um dann über den Abwärtstrend zu gehen. Und wenn dann der Abwärtstrend verlassen wird nach oben, dann kann sich das so ein bisschen verselbstständigen, die Bewegung. Ja, dann gibt es Verkäufer, die aus dem Markt raus müssen. Gibt es vielleicht Käufer, die ihre Fälle davon schwimmen sehen und noch reinspringen wollen. Und dann wäre da auch eine kleine Übertreibungsbewegung durchaus möglich, die ihm nicht bloß bis zur 6,70 gehen muss, sondern dann auch so schon mal Richtung 700, 7,60 drücken kann. Ja, deswegen sollte man da besonders hingucken, wenn er einen Stundenstoß über 600 hinkriegt. Solange der da auf grünen Stundenkerzen bleibt, würde ich den dann erstmal machen lassen und keine Grenze setzen, weil es ist ein möglicher Ausbruch, der dann hier oben an der Kante eben im Raum steht. Die Kante liegt jetzt bei 6,50. Ja, das kriegen wir aus dem Bereich eine rote Stundenkerze und der wuchtet sich noch nach unten, aber nicht zu enttäuscht sein. Ja, wir sind halt noch immer in der Seitwärtsphase. Ich habe es auch in die geschriebene Analyse so reingeschrieben, dass man nicht zu optimistisch sein muss. Noch sind wir ja in der Spanne, noch sind wir im Range, in den kompletten Gehampel der ganzen letzten Tage. Da ging es immer hoch, runter, runter, runter. Jetzt ging es mal ein paar Tage hier hintereinander jetzt nach oben. Ja, wenn er da jetzt nicht bedient, dann, ach Gott, dann soll er halt da weiter rumfummeln. Da können wir uns ja nicht aussuchen. Unterhalb wäre jetzt für mich interessant der Bereich um 4,20, 400 hier nochmal. Ja, dort ist halt jetzt so diese typische Verkaufssignalstelle. Das würde es ihm natürlich auch leicht machen, dort vielleicht ein Fähsignal zu setzen. Ja, also wenn der da irgendwie auf 4,20, 400 runterfällt und der stößt von dort eine grüne Stundenkerze weg, würde ich das, glaube ich, auch eher als Long nutzen, statt als Short. Ja, sollte aber hier vom Startback unter 4,60 runterarbeiten, unter 4,30. Dann guckt er mal wirklich genauer hin. Der Bereich ist hier so 4,20. Man könnte im Weitesten sogar sagen bis 3,60. Ich würde da nicht frontal gegen Long ballern, das würde ich nicht machen. Nachher haut er hier doch wieder ab und stellt sich runter in die 200. Aber wenn er hier unten sich gut macht und eine grüne Stundenkerze reinrammt, traue ich ihm schon zu, dass er von dort zumindest an die 600 kommen kann. Ja, das wäre ein schönes Spiel für den Donnerstag, wie wir es vom DAX üblicherweise kennen, wie ihr es häufig auch an Donnerstagen macht. Ja, also wenn er da unten reinhaut, grüne Stundenkerze und er drückt sich dann hoch an die 600, würde das ganz gut reinpassen. So, das sind so meine Gedanken, die ich hätte. Ja, also die Ziele oben, die da noch ausstehen, sind klar. Bitte nicht vergessen, dass da der Abwärtstrend liegt, das heißt das Ausbruchsrisiko. Ja, da hat heute auch im Chat jemand gesagt, Martin, ich habe das Gefühl, der DAX bricht bald aus. Woran kann man das festmachen? Also diese Linie, die ist hier maßgeblich. Ja, wenn der da rausgeht, dann kann sich dieses Bewegungsverhalten, was wir die letzten Wochen hatten, definitiv ändern. Das kann sich auch ändern, wenn er unten rausgeht, aber dazu muss er erst mal unten raus. Jetzt steht er eher näher an der oberen Kante, deswegen sprechen wir die obere, er darf er unten raus. So ist es nicht. Aber ich würde da, wo er dann rausgeht, das eben dann auch respektieren und dann mitgehen und mich dann nicht dagegen stellen. Könnte sonst wehtun. Ja, und das ist einfach, so gehen wir in der technischen Analyse hier vor, so machen wir es bei uns auf dem Kanal, in den Analysen ja letztendlich immer. Uns ist es am Ende egal, wo er rausgeht. Wir verheiraten uns dann nicht mit irgendwelchen Gedanken, die wir festbrennen oder weil wir irgendwelche Nachrichten gelesen haben. Deswegen muss das und das, nee, das wird schön ignoriert. Und wir gucken das, was der Markt macht und vorgibt und dann wird er mitgegangen. Ob das nur oben oder unten ist, das gibt der Markt vor. Das suchen wir uns nicht aus. Wenn es denn oben ist, ja, hat er dann eben entsprechend auch Platz. Platz, das haben ja noch die alten, äh, die alten Seminarteilnehmer, wollte ich schon sagen, die Seminarteilnehmer vom Frankfurter Seminar eingezeichnet. Bis jetzt ist ja nur eine Pfeil hier bedient worden, der untere, den Strich, den müssen wir uns ja wegdenken, das war ein Fehler, ein Chartfehler. Bisher nur der eine Pfeil bedient worden, bis hoch an die Abwärtstrendkante sind wir herangelaufen, das hat er gemacht. Und jetzt wird es halt dann auch interessant, wo löst denn das Muster auf? Bringt der August hier den möglichen Wind mal rein oder nicht? Nicht passen wird der es ja, aber für mich ist es wirklich wichtig, dass er dann da eben auch aus den Kanalkanten rausgeht. Und die liegen unten im Bereich um 18,150 und oben im Bereich um 18,650. Wie gesagt, jetzt stehen wir gerade ein bisschen näher an der oberen Kante, deswegen sollte da genau hingeguckt werden. Und, ähm, rasselte uns hier nach unten durch, gehe ich aber auch davon aus, dass es sich dann eben an die untere Kante vorlegen wird, ja. Also, wenn der das hier nicht gestanden kriegt und der macht hier die 4,20, 360 nicht nach oben rum, dann kippt der uns am Donnerstag wahrscheinlich auf die 300 und legt sich am Freitag dann eben an die untere Kante. Das, das ist seitwärts Spanne. Hin und her zwischen Ober- und Unterkante, solange bis irgendwo mal ein Ausbruch erfolgt. Ja, und darauf sollten wir uns langsam einstellen, denn reif ist die Kiste definitiv, langsam, ja. Gut, ich mache hier zu, wünsche euch Spaß, gutes Klingen, viel Erfolg, bis morgen, tschüss. Gut, ich mache hier zu, wünsche euch, bis morgen, tschüss.